Loro und es kommt zu einer Hunde World of Warcraft in der Silberbrockenlinie ich bin gerade nach Hause gekommen von der Arbeit was heißt gerade vor einer Stunde Stunde am warten ja nicht ganz eine Stunde aber schon ziemlich lange endlich bin ich in eine Hunde gekommen Hurra und so da bedienen wir uns einfach mal bei den Händler hier dann nehmen wir uns mal Gesundheitsstein der ist immer sehr hilfreich ich habe gerade ein bisschen gequestet deswegen schon wieder also in der Zeit wo ich gewartet habe habe ich die ganze Zeit gequestet und das habe ich schon wieder fast ein ganzes Level gemacht gestern hatten wir noch drei Balken und hierzu so lange ich gewartet habe habe ich halt die ganze Zeit gequestet und mir was im Essen gemacht denn ich kam heute nach Hause habe mir gedacht ich schmier mir jetzt ein schönes Brötchen oder Brot besser gesagt und esse was und ich habe gar kein Brot mehr ja so ein Mist wir haben jetzt schnell eine Suppe warm gemacht die ich eigentlich gerade am Essen bin ja die wird jetzt war ein bisschen kalt die kann ich so gleich in Ruhe genießen obwohl mir das Wasser schon im Mund zusammen läuft ja egal muss ich halt mit leben das jetzt die Suppe bestimmt kalt wird ich bin ich bin irgendwie leicht erkältet aber das schon seit ein paar Tagen habe das sicherlich auch schon mitgekriegt seit ich mir auf den Daumenlungen gehauen habe bin ich ein bisschen erkältet naja eigentlich schon zwei Tage vorher bin allerdings nicht zum Arzt gegangen weil ich dachte von wegen ist ja nur eine leichte Erkältung brauche man nicht zum Arzt gehen man muss ja nicht gleich in den Weg gehen zum Arzt laufen eh komm 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 so geht doch der erste Platz komm jetzt nur den hier ich muss mal dass das meine Heile müssen weil irgendwo wird er immer noch das kann auch nicht wahr sein jetzt ist es kaputt ja der jäger 8 Sekunden da kann ja schnell ein bisschen nehmen so heiß 15 Sekunden noch 8 neun Schluck Wasser hinterher so das sieht schon mal eigentlich ziemlich gut für uns aus finde ich 81 oh ich habe zwei Instanzen freigespielt nice ein Schluck hier naja gut hat nicht ganz gepasst aber shit happens und so wo sind ja wo gehen wir hin mal bespricht schade aus dem Quest möchte die Karte meistens groß damit die Orte besser finden dann da doch war ich im Platzbillchen eigentlich oh von zweitem da stimmt was das da kann etwas nicht passen so alle eingenommen das sind hier zwei das schaffen sie zu zweit die 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 ja 1 20 Sekunden nochmal schnell ein bisschen immer noch heiß die Suppe war auch gerade fertig gewesen die Nude Suppe wo es auf einmal losging gerade alles hingestellt habe mir gedacht da muss sowieso noch ein bisschen die Suppe essen nein schmuck ich bin doch nur ein Tutu ein Tutu mit dem Tutu hier das ist wieder der Schurkel das kennen wir doch schon und da das sind zwei da muss es reichen ... 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 wir alle weg wir wollen da oben unsere Logo klauen Oktober haben sie gemeistert dann schnell wir zurück da im Grunde Oer aber er hat auch nicht mehr zweitbeste zwei geht es nur macht er soll ob uns halt auch sechst und Platz stoppt also das war mal wieder eine Runde worte vor kraft in der silberbruchmine im ali naja ok das war eine runde worte pro kraft in der silberbruchmine ich hoffe euch hat die runde gefallen mir zu ganz gut gefallen weil ich gewonnen habe oder weil die horde gewonnen hat für die horde wieso habe ich euch schon mal viel spaß und bis zum nächsten mal